Also die beliebteste Antwort bei den Juristen ist immer, es kommt darauf an. Und die stimmt auch hier. In den geisteswissenschaftlichen Fächern würde ich sagen, der Eigenanteil soll erkennbar sein. Weil was erkennbar sein soll, ist die selbstständige Auseinandersetzung mit dem Material. Aus der Naturwissenschaft ist es eigentlich so, dass man hier was komplett Neues herleitet, entwickelt, am Computer ausrechnet. Und andere Leute zu zitieren, das macht man schon auch, vorwiegend in der Einleitung, um halt die Hintergründe darzustellen, was schon gemacht wurde. Oder vielleicht auch Gleichungen oder Formen, die man verwendet. Aber jetzt nicht in dem Sinn, dass man schreibt nach Professor Sohnso oder was, das würde ja eine gewisse Meinung schon wieder andeuten, sondern einfach um dem Leser halt das Finden der Herleitung oder weitere Details zu vereinfachen. Weiter ist es so, dass bis vor einigen Jahren viele Zeitschriften eigentlich eine passive Formulierung vorgesehen haben. Jetzt wird das immer mehr auch erlaubt, das aktiv zu machen, so zu sprechen, ich habe oder wir haben. Was mir sehr gefällt, auch wenn ich als Leserin Forschungsergebnisse lese, so wenn ein Zeitschrift die Möglichkeit gibt, würde ich das sicher empfehlen. Ich finde, wenn man mal sozusagen aus der Vielzahl an Dingen herausgreift, sehr wichtig und oftmals übersehen, die Relevanz von so einer Einleitung, eine gute Einleitung zu einem Text. Und da ist mir einfach im Laufe der Zeit klar geworden, dass es da eben zum Beispiel darum geht, dass man sehr klar prämennt, aus welcher Perspektive heraus man eigentlich argumentiert. Der erste Schritt wäre, dass sie eigentlich anfangen damit zu sagen, jeder weiß das und das. Der zweite Schritt ist, dass die dann sagen, Spezialistinnen wissen dies und das. Und der dritte Abschnitt ist, ich weiß das und das. In einem braven, deutschlehrerhaften Stil mit einem ordentlichen Satzbau irgendwie zu sagen, XY schreibt dies und jemand anders schreibt das und das. Das ist eigentlich langweilig, weil es ja nur der Anfang des Gedankens ist. Interessant wird es ja dann. Was habe ich jetzt hier, wenn ich hier zwei widersprüchliche Gedanken habe? Wieso denkt der eine so und der andere so? Welchen Hintergrund historisch und theoriegeschichtlich hat das? Und dann muss man ein bisschen freier werden. Aber um freier zu werden, muss man auch sehr viel wissen. Und dann ist es natürlich wirklich ganz wichtig zu unterscheiden, wo ist Darstellung und wo ist Kritik oder Reflexion da drauf. Und ich finde, man kann ich einsetzen, das sollte aber eher sparsam sein. Das mache ich tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich sage ganz wenig. Als nächstes werde ich, ich habe gezeigt, dass aus meiner methodischen Perspektive ergibt sich Folgendes. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich das markiere, sondern eher auf eine zwar indirekte, aber ich glaube doch recht transparente Art und Weise. Und zwar, indem ich deutlich mache, dass das, was ich als Argument entfalte, nur ein Argument von verschiedenen möglichen Argumenten ist. Das kann man gut machen, indem man zum Beispiel das eigene Argument in Forschungskontroversen einbettet, es dort positioniert. Und zwar dann in dem Fall vor allem, wenn man kontroverse Positionen vorfindet oder widersprüchliche Einschätzungen. Dann kann man auch sagen, mir leuchtet das Argument XY mehr ein, weil, und das ist das Wichtige, da muss man begründen, wenn man privat argumentiert. Also ich würde sagen, das Wichtige ist, man muss immer erkennen können, wer spricht jetzt gerade. Spricht jetzt sozusagen der Text, den ich zitiere, oder spreche ich über diesen Text? Das muss man erkennen können an der Art und Weise, wie der Satz geschrieben wird. Aber beides ist meiner Ansicht nach sinnvoll und muss aber natürlich irgendwas miteinander zu tun haben. Ganz, ganz bescheuert ist, wenn die Leute schreiben hier, also, was weiß ich, Adorno sagt das und der sagt das und meine Meinung, Doppelpunkt, und dann, oder eigene Meinung, und dann kommt, ich finde aber, das ist alles ganz anders. Das ist nicht der Sinn der Sache, ja, aber dass man zwischendrin markiert, wenn das so ist, dann würde ich die und die Konsequenz ziehen. Oder ich habe den Eindruck, dass der und der Aspekt hier in diesem Text unterbelichtet ist. Das halte ich für völlig legitim, solange klar ist, das ist jetzt eine individuelle Äußerung in Auseinandersetzung mit dem Text. Das ist jetzt eine individuelle Äußerung in Auseinandersetzung mit dem Text.